Absolut durchschnittlich, das ist das Prädikat für den bisherigen Sommer 2020. Und wie durchschnittlich er war, das schauen wir uns jetzt mal an. Schauen wir uns nur die Mitteltemperatur an, so schlagen aktuell 17,0 Grad zu Buche. Das sind rund 0,5 Grad weniger als im Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre. Zieht man allerdings das Mittel von 1961 bis 1990 zurate, so liegen wir sogar 1 Grad über dem Durchschnitt. Unterm Strich kann man sagen, alles total durchschnittlich. Ja, was ist mit den Spitzenwerten? Es war doch häufig relativ kühl und wenig sommerlich. Ja, wenn wir uns die Zahl der Sommertage betrachten, also die Tage, an denen die Temperatur über 25 Grad gestiegen ist, dann ist das Bild sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt in Deutschland Orte, an denen es bis jetzt nicht einen Tag gab, wo das Thermometer mehr als 25 Grad angezeigt hat, aber die sind rar gesät. Das ist vor allen Dingen auf der Insel Rügen und dort im äußersten Nordosten der Insel, am Kap Akona der Fall. Da gab es nämlich noch nicht einen einzigen Sommertag. Ja, am Oberrhein und Richtung Hochrhein sowie in Teilen Brandenburgs, da waren es sogar schon über 30 Tage mit Temperaturen von über 25 Grad. Und das in der Zeit vom 1. Juni bis heute zum 20. Juli. Ja, und wenn wir uns die heißen Tage betrachten, da sieht es dann wirklich mau aus, denn Hitzewellen, die gab es in diesem Jahr bis jetzt nicht. Und das ist auch der Grund dafür, warum es an den meisten Wetterstationen in Deutschland noch nicht einen Tag gab, an dem die Temperatur 30 Grad oder mehr angezeigt hat. Nur Richtung Oberrhein und Richtung Brandenburg und Sachsen, da gab es Orte mit fünf bis sieben heißen Tagen. Aber eine wirkliche Hitzewelle mit tagelangen Temperaturen von 30 Grad oder mehr, ja, die sucht man in diesem Jahr bisher vergebens. Und wie schaut es beim Niederschlag aus? Ja, zumindest mal über das ganze Land betrachtet, sehr, sehr durchschnittlich. Aktuell liegen wir bei rund 55 Prozent des Niederschlags für einen normalen Sommer. Der Sommer hat knapp Halbzeit gehabt, also wenn in der zweiten Sommerhälfte ähnlich viel die vom Himmel kommt, dann landen wir etwa im Bereich des langjährigen Mittels. Aber das weiß natürlich niemand. Aber diese Zahl, die täuscht ein klein wenig über die regionalen Unterschiede hinweg. Wir haben die Extreme mal rausgesucht, so vielen in den Schlierseer Alpen mittlerweile vom ersten Juni bis zum zwanzigsten Juli über 500 Liter Niederschlag auf einen Quadratmeter. Das ist schon ziemlich, ziemlich viel. Aber es gab auch die andere Seite, so kam rund um Mainz und in Teilen von Sachsen vom ersten Juni bis zum zwanzigsten Juli nur rund 35 bis 40 Liter zusammen und das ist eben viel zu wenig. Und genau das ist der Grund, warum es in diesem Gebiet, also von Rheinland-Pfalz bis nach Sachsen und in Teilen Baden-Württembergs auch sehr trocken ist. Und jetzt schauen wir nochmal auf den Sonnenschein und auch der ist absolut durchschnittlich. Aktuell liegen wir bei rund 55 Prozent. Wie gesagt, wir sind knapp über die Halbzeit des Sommers hinaus, von daher ein absolut durchschnittlicher Wert. Ganz absolut gesehen, am sonnigsten war es im äußersten Nordosten auf der Insel Rügen, da gab es mit rund 480 Stunden bisher den meisten Sonnenschein. Ja und den wenigsten Sonnenschein, den gab es im Sauerland mit rund 270 Stunden. Ja und am Ende, da werden wir wahrscheinlich sagen können, der Sommer 2020, der war absolut durchschnittlich und ja, wer weiß, wann wir das das nächste Mal über einen Sommer sagen können. Also macht das Beste aus dem freundlichen, angenehmen und nicht zu heißen Sommerwetter. Ich bin Björn Goldhausen von WetterOnline. Gott, Herr WetterOnline. Ich bin Jörgit der Mestung. Ich bin Jörgit der Mestung.